Nehmen Sie Platz in unserem Kaiser und Marie-Dom. Gönnen Sie sich die Zeit. Kurzes Verweilen und Tod. Sie sind ganz an einem Ort mit großer geschichtlicher Vergangenheit. Zu aller Ersten ist dieser Dom ein Gotteshaus, eine Kirche. Tag für Tag kommen Menschen, um Gottes Begegnissen zu beten und Gottes Diener zu feiern. Und deshalb bitte ich diejenigen, die nicht am Gebet teilnehmen möchten, sich doch so zu verhalten, dass sie die Zuhörer nicht stören. Das heißt, bitte nicht während des Gebetes herumgehen oder sich laut zu unterhalten. Ich danke für Ihr Verständnis.